Hallo und herzlich willkommen bei diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Device Bit8 oder Bit8 oder wenn man in Großbritannien sagen würde BitEight. Dieses Device gehört zu den Dynamik- oder Distortion-Devices. Was man damit machen kann und wie man das einstellt, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir los! So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Hier unten seht ihr schon das Device am Start. Ich habe das so ein bisschen eingestellt und dann spiele ich jetzt erstmal so einen kleinen Loop vor, den ich vorbereitet habe. So, so klingt das Stück mit dem Bit8. Das habe ich ein bisschen ordentlich reingedreht. Auf der Stereosumme macht man normalerweise nicht, aber zu Anschauungswecken ist das gut. Und ich spiele jetzt dieses Stückchen noch mal ganz kurz im AB-Vergleich ab. Ich mache erst aus, dann klingt das gesamte Stück viel, viel reiner und wenn ich das Stück wieder, wenn ich das Device wieder anmache, dann hört ihr, wie das so grisselt und so ein bisschen verzerrt. Irgendwann mal los hier. Musik 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 So, ich hoffe ihr habt es gehört. Wenn nicht, solltet ihr es vielleicht nochmal mit Kopfhörern oder auf einer guten Abhörer anhören. Aber gehen wir jetzt einfach mal das Device hier mal durch. Ich schalte alles mal hier auf Anfang quasi. So, ganz normales Device, ein Ausschalter, dann der Preset Knopf, der Name des Devices, die Fernsteuerung, die man hier ein- und ausschalten kann, die Modulatoren, die man ein- und ausschalten kann. Dann haben wir hier einen Bereich, den würde ich jetzt mal so bezeichnen als den Bereich, wo man die Dynamik von den hohen Frequenzen her beschränken kann. Dann haben wir hier einen Bereich, wo man die Dynamik von den unteren Frequenzen her beschränken kann. Hier haben wir dann nochmal weitere Möglichkeiten, den Dynamikumfang zu beschränken. Bei Quantize haben wir einen Bereich, wo man quasi von beiden Seiten gleichzeitig den Dynamikumfang beschränken kann. Dann gibt es natürlich noch einen WetFX-Container, eine Stereo-Breiteneinstellung und den Mix-Try-Knopf. Den hätte ich zum Beispiel auch statt den Ein- und Aus-Knopf hin- und herschieben können, aber ein Aus-Knopf war halt durch einmal klicken schneller. So, dann gehen wir hier mal durch. Also dieser erste Bereich, wo Clock steht, ist quasi der Sample-Bereich, was man so von CDs her kennt. Wer noch CDs kennt, so 44,1 kHz. Das sind hier 100 kHz. Das heißt, wenn ich das Lied hier abspiele, dann dürfte man wahrscheinlich eine ganze Weile nichts hören, bis man irgendwie so im Bereich 44 kHz ist oder sogar noch, wer gute Ohren hat, früher. Und da wir von oben reingehen, lasse ich jetzt einfach nur mal das Schlagzeug laufen, weil da sind Hi-Hats drin. Und an den Hi-Hats hört man ganz genau auf die Hi-Hats, also es ist tick, 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 tick. Da hört man das am ehesten, wenn da eine Veränderung eintritt. So hören sich die Hi-Hats normal an, zusammen mit dem restlichen Schlagzeug. Man hört das schon hier. Also ich höre das schon hier bei 47 kHz. Ich arbeite hier auch mit 48 kHz, vielleicht höre ich es deswegen. Aber es wundert mich ein bisschen, dass ich so anscheinend ein gutes Gehör habe. Aber ich glaube einfach, der Effekt ist ein bisschen krasser als jetzt nur so ein bisschen Verzerrung. Ich gehe jetzt einfach mal weiter runter, für die, die es noch nicht hören, was passiert. Gehen wir mal von oben und jetzt langsam runter. Na ja, und bei 200 Hz bleibt es nicht mehr viel. Platz, um den Sound ordentlich zu beschreiben. Ich lasse jetzt nochmal ganz kurz das Stück in voller Breite mit allen Instrumenten laufen und drehe da mal kurz runter, einfach so als Anschauungsbeispiel. So, sehr viel kam da jetzt nicht mehr an. So, und dann haben wir noch weitere Drehregler hier. Das eine ist hier das Chitter und das Chitter macht im Prinzip nichts anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Einstellung gemacht hätte auf 16,6 kHz. Das Chitter, wenn ich das hier hochdrehe, einfach eine Ungenauigkeit reinbringt. Wenn ich das jetzt hier samplen würde, man sieht das hier jetzt nicht so. Das ist halt jetzt einfach nur die Einstellung. Dann kann ich das bis 100% Ungenauigkeit, was auch immer das heißt, in welchem Bereich das ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist halt einfach so eine Ungenauigkeit, wie wenn dieser Regler bei 16,6 kHz, na ja, mal 16,6, mal 16,7, 16,8, 16,4, 16,3. Das könnte man quasi simulieren, wenn man hier so einen Random-Modulator reinpackt, der mir hier diese Glock hin und her wackeln lässt. Das ist im Prinzip dieses Chitter, was da drin ist, aber halt in einem bestimmten Bereich drin. Und dann gibt es noch den Chance-Regler. Und der Chance-Regler macht nichts anderes, als wenn ich jetzt diesen Sound samplen würde. Das heißt, diesen klaren Sound, den ich hier habe. Wenn ich den jetzt von außen in meinen Rechner rein samplen würde und ich den Dynamikbereich nicht einschränken würde, aber Chance sagt, okay, mit 100% Chance hast du eine sehr gute Hardware, die kann das supergut. Und mit Chance, wenn du das runterregelst, wird die Hardware quasi immer schlechter. Das heißt, wenn du halt einfach schrottige Hardware hast, hier irgendwo oder bei Null bist, dann ist die Hardware kaputt. Das heißt, da schleichen sich dann auch wieder Fehler mit ein. Ich spiele das einmal ganz kurz durch. So, jetzt ist die Hardware kaputt. Ja, das machen diese drei Regler im Endeffekt. Also, den Dynamikbereich quasi von den Höhen einzuschränken und hier diese Ungenauigkeit reinbringen. Und mit Chance habt ihr die Chance auf eine kaputte Hardware. Das wünscht man sich doch. Ja, mit Gate geht das quasi von der anderen Seite los, von den tiefen Frequenzen. Und das Gate ist wie so ein Threshold, das in den tiefen Frequenzen einfach sagt, okay, wie bei dem Limiter hier, bei dem Peak Limiter, habt ihr ja auch so einen Ceiling, so einen Threshold, den ihr einstellen könnt. Oder wie bei einem Kompressor, den man dann einstellen kann. Und der macht das quasi von den unteren Frequenzen her. Und wenn ich das Gate jetzt mal laufen lasse und nur den Low Bus nehme, da hört man das am besten, weil der halt einfach tief spielt, dann hört man das folgendermaßen. Okay, ich habe alles ordentlich wieder eingestellt. So, und jetzt reicht der Dynamikumfang nicht mehr, um den Bass darzustellen. Wenn ich den wieder langsam runterdrehe, dann komme ich wieder in den Bereich, dann klickt es da ab und zu mal, bis halt wieder so die ersten, wie so ein High Pass Filter, der halt dann irgendwann mal die tiefen Frequenzen wegfiltert. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, aus der Mitte heraus quasi eine Veränderung vorzunehmen. Einmal ist das das Shapen. Also hier habe ich quasi die Einstellung, es passiert nichts. So sieht der Bass zum Beispiel aus. Ich lasse jetzt aber am besten wieder alles laufen. Und jetzt kann ich sagen, okay, lass nicht mehr alles durch, sondern alles, was unterhalb, also was im Minusbereich ist, das packen wir auf 0. Das heißt, wenn wir so eine Sinuswelle haben, dann schwingt die nur noch oben. So, sieht man ja auch schön an diesem Symbol. Und alles, was runtergehen würde, wird auf 0 gelegt. Eine Linie. So, und dann hört sich das Ganze im Vergleich so an. Und sieht auch so aus wie hier rechts. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Und dann haben wir die Option, dass alles, was negativ war, ins Positive geflippt wird, einfach umgeklappt wird. Und passt auf eure Ohren auf. Das könnte ein bisschen laut werden. Und ich fange wieder hier von keiner Einstellung bis hin zu dem Umklappen an. Geht los. Und je nach Einstellung kann das halt ziemlich heftig sein, weil wenn Frequenzen nach oben gepackt werden kann, könnte sich entweder teilweise auslöschen oder teilweise verstärken. Das ist einfach eine Sache der Natur dieses Shapings hier. Unterhalb des Shapings haben wir jetzt noch mehrere Optionen. Also das waren jetzt erstmal sämtliche Optionen ohne Clipping. Und jetzt gibt es halt noch das Clipping mit dabei. Und sobald ich hier eine Option auswähle, habe ich natürlich hier unten noch die Möglichkeit, entsprechende Clipping einzustellen von beiden Seiten quasi. Hier habe ich ein normales Soft Clipping oder ein normales Clipping. Und alles, was hier über 0,5, was ich hier unten einstelle, hinausgeht, das wird quasi abgeschnitten. Und das sieht man immer schön an der rechten Seite an dem Oszilloskop. Guckt euch einfach das Oszilloskop ein bisschen an, während ich hier den Regler so ein bisschen verschiebe. Ich verzichte so ein bisschen auf die Extremeinstellungen, weil das tut dann schon heftig in den Ohren weh. Und bei dem Fold steht hier, werden einfach alle Werte, die über 0,5 von dem Wert, den ich da unten eingestellt habe, werden zurückreflektiert. So. Das ist natürlich auch einstellen. Achtet auf eure Ohren. Der Effekt ist quasi noch ein bisschen heftiger und dann gibt es den Rap-Modus. Und der wechselt die Polarität. Das heißt, er verschiebt die Polarität um 180 Grad. Das heißt, selbst wenn wir hier einen dieser Shape-Modi auswählen, wo quasi nichts mehr im unteren Bereich stattfindet, wird dann dieser Modus tatsächlich die Dinge, die über diese 0,5 hinausgehen, wie das hier steht, was wir hier wegklippen und was wir hier unten mit dem Regler hier einstellen, wird da das quasi um 180 Grad verschieben, was bedeutet, dass er das nach unten kippt. Und jetzt auf jeden Fall auf die Ohren aufpassen, weil das knackst und glitscht richtig heftig. Ich mach das erstmal in der normalen Shape und dann sehen wir das in den anderen Shapes. Und da sieht man schön, da unten kommt was an, obwohl da eigentlich nichts ankommen sollte. Aber der Signalweg geht quasi von dem Shape hier runter in den Rap-Modus. So ist es doch wesentlich angenehmer. So, und jetzt haben wir noch den Quantize-Modus, der den Dynamikbereich quasi von beiden Seiten her zusammendrückt. So gesehen. Und bei dem Quantize-Modus haben wir dann unterschiedliche Funktionen auch nochmal drin. Und zwar ist Off-Zero und On-Zero ähnlich wie hier bei den Medianoten, dass man halt einfach so ein Grid hat. Und wenn man quantisiert, kann man sagen, rück mir die Note direkt auf den Taktbeginn zum Beispiel. Oder rück sie mir nicht auf den Taktbeginn, sondern immer so ein bisschen daneben. Das heißt, dass kein Instrument quasi zur gleichen Zeit wie ein anderes einsetzt oder ansetzt und ich so vielleicht Frequenzen freischaufeln kann. Das ist im Prinzip das ähnliche Prinzip, nur halt eben bei der Verzerrung mit den ganzen Alias-Effekten oder beziehungsweise mit den Fehlern, die da passieren, wird halt gesagt, okay, wenn ein Fehler passiert, pack mir den bitte nicht auf die Null, wo ich abgeschnitten habe, sondern irgendwie drumherum. Bei der zweiten Einstellung packen wir sie auf jeden Fall auf die Null, bei der dritten Einstellung die Fusion. Das heißt, pack mir die Fehler, die passieren, einfach wie so ein Nebel drumherum. Wir kennen das von den Reverbs, von den Hull-Geräten, wenn die Early Reflection oder die Late Reflections, die ja eigentlich ursprünglich ein Echo sind, die zurückgeworfen werden, wenn die quasi wie so zersplittert werden, wie in so eine Wolke rein. Dann kommt nicht ein Echo zurück, sondern ganz viele kleine Echos und das nehmen wir wie so ein Reverb, wie so ein Hull wahr. Und genauso ist es hier mit diesen Fehlern, die werden einfach so zernebelt. Und Differ kennt man vielleicht aus der Grafikverarbeitung auch, wenn man in Zeichnungen reinzoomt und da ist so ein Strich. Je tiefer man reinzoomt, desto pixeliger wird das Ganze. Und wenn man so draufklickt, denkt man sich, ah, das ist ja eine gerade, zum Beispiel weiße Linie. Und wenn man reinzoomt, merkt man, okay, ah, ist die Linie nicht gerade, sondern die ist so stufig. Und die ist auch nicht durchgängig weiß, weil an den Ecken sind dann immer so ein bisschen dunkelgrauere Punkte und so weiter. Und das ist dieses Dithering, weil mit diesem Dithering versucht man einfach die Fehler, wenn man reinzoomt oder wenn die Auflösung einfach grober wird, versucht man diese Fehler bei der Grafik optisch auszugleichen, dass man sagt, okay, ich packe hier so ein bisschen Übergang hin. Und dann sieht es für mich noch immer sehr lange wie eine weiße Linie aus, ohne dass ich direkt diese Stufenbildung sehe. Und das ist genau das Gleiche beim Audio. Das heißt, beim Dithering wird noch zusätzlich, sieht man hier unten dran, Rauschen hinzugefügt, um dieses Stufenweiße einfach so ein bisschen zu kaschieren. Und dann haben wir hier noch so eine Panorama-Brezel oder einen Stereo-Knopf, den man noch einschalten kann, um das Ganze nochmal zusätzlich kaschieren zu können im Stereo-Feld. Außerdem gibt es bei jeder dieser Optionen diesen Knopf, der heißt Quantization in Squared Domain. Da wäre ich mal interessant, falls das jemand weiß, was das genau ist. Also, Squared Domain bedeutet ja Exponentialfunktion, also x hoch 2 und sowas. Ich vermute, dass die Fehler einfach weiter verbreitet werden und vielleicht auch durch die Exponentialfunktion eben negativ zu positiv führt, weil minus 1 hoch 2 ist. Und also vermute ich mal das. Wer es weiß, bitte in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich interessieren. Ich habe nichts darüber gefunden oder nirgends eine Erklärung, eine ordentliche gefunden oder vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Aber das wäre eine klasse Sache, wenn das jemand weiß. So, gehen wir einfach mal hier. Ich spiele es einfach hier mal so komplett durch. Ihr hört euch das an. Erklärt habe ich das alles schon. Das heißt, ich muss da nicht auch nochmal dazwischen quatschen. Aber auf jeden Fall sollten wir es mal durchhören, kurz. Ich muss doch mal nochmal quatschen. Und zwar, ich lasse jetzt meistens diesen Squared Domain an. Für mich klingt das immer so ein bisschen weicher, die ganze Distortion. Das heißt, wenn man so ein bisschen dreckiger und kratziger haben will, das einfach ausmachen. Ich mache das zwischendurch auch mal aus, aber nicht bei jedem Vergleich unbedingt. Aber jetzt bin ich ruhig. Ich mache das nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ja, also es gibt hier unterschiedliche Arten und Weisen, wie man den Sound so ein bisschen verzerren kann, indem man den Dynamikbereich verringert. Und kann ihn halt von allen möglichen Seiten angehen mit verschiedensten Funktionen. Ein super cooles Device eigentlich. Ich habe es jetzt hier auf der Stereosumme am Start. Das würde ich euch nicht empfehlen, normalerweise, sondern schon bei dem eigentlichen Instrument. Oder, hey, wenn ihr irgendwie so einen Lo-Fi-Krackel-Sound haben wollt, dann packt es auf die Stereosumme. Also ist ja im Endeffekt alles erlaubt. Ja, ich hoffe, dass ich konnte euch so ein paar Sachen erklären. Und es hat euch so ein bisschen weitergebracht und vielleicht auch auf Ideen gebracht. Würde mich auch interessieren, wenn ihr irgendwas mit diesen ganzen Devices oder mit den Dingen, die ich hier als Tutorial verbreite, macht. Würde mich interessieren, was ihr damit macht. Also postet mir in den Kommentaren eure Stücke. Würde mich einfach mal interessieren. Und schreibt vielleicht irgendwie kurz dazu, was ihr wo gemacht habt oder so. Und ja, auf jeden Fall kommentiert. Liked das Video, wenn ihr es gemocht habt. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich komme ja langsam, bin ja gerade so über 80 Follower hinaus. Das freut mich total, dass es doch einige Leute gibt, die das interessiert. Und auch, ich habe bisher wirklich ein nettes Feedback bekommen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der folgenden Tutorials wieder. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.